JFT, just fair and direct. Beziehungsweise muss man jetzt hier sagen, der S&P und die Nasdaq, die stehen fast auf Allzeithochniveau und der Dow Jones, der kam ja gestern etwas unter Druck, konnte sich eigentlich noch nicht so wirklich lösen von dieser Abwärtsbewegung gestern, steht allerdings oberhalb des gestrigen Schlusskurses, also auch erstmal im grünen Bereich. Die Frage ist jetzt, ob das im S&P und Nasdaq gehalten werden kann, ob eben vielleicht sogar nochmal die Allzeithochs ausgebaut werden können, aber in meinen Augen bröckelt nun eben so langsam die Fassade. Der Dow Jones, wie gesagt, ist gestern schon ein Stück weit zurückgekommen. Gut, nun sind es natürlich auch schlussendlich verschiedene Indizes mit verschiedenen Unternehmen drin verankert, aber nicht selten ist es ja so, dass dann eben der ein oder andere Markt dann eben auch der Tendenz des anderen Marktes folgt, bedeutet, entweder läuft der Dow Jones eben wieder nach oben oder schlussendlich S&P und dann eben vielleicht auch die Nasdaq again in Süden. Wir werden uns das Ganze anschauen, wir werden uns die richtungsentscheidenden Bereiche überlegen, wir werden gucken, was können wir da gegebenenfalls draus machen am heutigen Tag. Wir haben zusätzlich eben durch diese konsolidierende Phase dort unten nach der Abwärtsbewegung in einem, ja, aufwärts leicht konsolidierende Phase ist eben so eine Range, die kann man vielleicht per Breakout nehmen, dann werden wir gleich mal drüber nachdenken und dann natürlich auch mal auf Gold und den Euro-US-Dollar schauen. Und der ja so ein wenig reagierte auf die Bank of England Zinsentscheidungen dort, das britische Fund gar nicht so interessant bewegend, aber der Euro-US-Dollar ist exakt in den Bereich des heutigen Morgens gestiegen, um jetzt wieder zu fallen. Das schauen wir uns gleich mal an, ähnliches Szenario wie gestern, wo wir ja da auch mit der US-Opening-Bell sagten, dass die Stärke, die zur gestrigen US-Opening-Bell stattfand, eigentlich gar nicht haltbar ist und eben gegebenenfalls Gold und auch der Euro-US-Dollar wieder zurücklaufen. Das passierte gestern, nun schauen wir eben natürlich, was wollen wir heute machen und da gab es schon ein schönes Signal für den heutigen Tag. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Bevor wir das tun, wie gewohnt natürlich erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage an Setups und ihre gegebenenfalls Fortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von JFDbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen natürlich ganz kurz erstmal auf die News-Seite, richten den Blick auf den Webinare und Event-Kalender. Und hier hat man natürlich heute den Live-Trading-Rum und jetzt um 15 Uhr die US-Opening-Belle. Das war es dann für den heutigen Tag. Morgen geht es natürlich wie gewohnt los um 8.50 Uhr, Darks, Long oder Short, die Wiesenradar, 9.30 Uhr, 10 Uhr der Live-Trading-Rum und auch morgen dann um 15 Uhr die US-Opening-Belle. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, jetzt gehen wir ganz kurz über die Headlines des heutigen Tages drüber. Da gab es halt so einiges von der Bank of England. Es kam im britischen Fund ein wenig Bewegung auf. Mal gucken, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt, wo wir da heute schließen. Vielleicht können wir da am morgigen Tag dann nochmal die eine oder andere Idee darauf aufbauen. Es kam erstmal nicht zu sonderlichen Veränderungen. Schlussendlich, ja, hat auch die Bank of England mitbekommen, dass die Inflation nun scheinbar nicht ganz so temporär ist und dass sie ja teilweise relativ hoch ist, das merken wir hier in Europa, das merkt man in Amerika und nun eben auch in England. Die Bank of England signalisierte somit, dass sie eben ihre Geldpolitik diesbezüglich anpassen muss. Hat hier noch nichts gesagt, wie sie das tut, aber es erscheint hier ebenfalls so zu sein, dass eben auch mal vielleicht über ein Tapering nachgedacht wird. Also die Zurücknahme der Anleihenkaufprogramme, ähnlich wie es die FED signalisierte und dann eben auch die EZB gegebenenfalls da hinterher dackelt und dann eben auch irgendwann mal sagt, okay, dann müssen wir eben die Anleihenkäufe mal ein wenig zurücknehmen. Ende August soll es ja da vielleicht von der FED schon ein wenig mehr detaillierte Informationen geben. Zur Jackson Hole Tagung, da werden wir uns noch ein paar Tage beruhigen müssen und ein paar Tage abwarten müssen, bis das dann schlussendlich kommt. Also, wir schauen gleich mal drauf. Der Euro-US-Dollar reagierte auch mit in den schönen Bereich und das schauen wir uns gleich schlussendlich an. Gehen wir über die Headlines des heutigen Nachmittags drüber. Man findet nicht so sonderlich viel, was eben, ja, interessant ist für mich vor allem, derjenige, der ja eben gerne mal nachher in die USA reist und mittlerweile nun auch durchgeimpft ist und aktuell nicht reisen darf. Vergangenes Jahr durfte ich ebenfalls nicht in die USA, aber vielleicht darf ich dann doch, wie geplant, in diesem Jahr November fliegen, denn die USA planen hier nur Geimpfte, wenn sie denn öffnen, nur Geimpfte ins Land zu lassen. Ähnlich ist auch die EU scheinbar, scheinbar plant, dass sie ebenfalls hier für Geimpfte bessere Konditionen, gerade was Reisen betrifft, auch Einreise betrifft, gegebenenfalls hier zur Verfügung stellt, als für diejenigen, die nicht geimpft sind. Man kann darüber diskutieren, inwiefern das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich finde es gut, aber das finden die Märkte im Endeffekt weder gut noch schlecht, denn es ist kein Punkt, der jetzt nennenswert die Märkte bewegt. Corona dennoch die Märkte bewegt. War es jetzt eine Lambda-Lambda-Variante? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas habe ich heute schon wieder gehört, dass jetzt neben der Delta-Variante schon wieder eine nächste Variante irgendwo anfängt hoch zu ploppen und wir hatten es heute Morgen uns schon angeschaut, dass in Thailand aktuell eben sich alles wieder runterfährt. Generell die asiatischen Länder ja eben von der Pandemie vierten Welle jetzt nun doch sehr, sehr stark betroffen sind. Dort die Inzidenzen sehr, sehr stark ansteigen. Lockdowns wieder im vollen Umfang stattfinden. Und was da eben bedeutet, das ist eben so, wie wir es angesprochen haben, diese ganzen Lieferengpässe, dass die da höchstwahrscheinlich sich eben noch verschärfen werden. Es sind solche Punkte wie dieser und noch manch andere, die eben diese Fassade so ein wenig bröckeln lassen. Man merkt es auch, wenn wir die Earnings uns anschauen. Wir haben nach wie vor richtig gute Zahlen in den Unternehmen. Wenn wir hier durchscrollen, sehen wir wieder vorrangig fast alles nur am heutigen Tage grün. Doch wenn man sich dann mal die Aktienbewegungen anschaut auf die guten Earnings, auch wenn man wirklich gute Überraschungen hat, ja, die Unternehmen, die Aktien sind dann eben auch mal Plus im Plus. Aber schlussendlich normalerweise bei diesen ganzen guten Zahlen, wenn wir da noch so ein paar Monate zurückdenken, hätten wir Jubelstimmung. Wir hätten ständig neue Allzeithochs. Das haben wir aber aktuell eben nicht. Wir sind zwar stark, wir stehen auf hohem Niveau, aber die Märkte haben, und das zeigt eben auch dieser 4-and-Greed-Index, nach wie vor wirklich so einiges an Angst in sich. Und man darf hier nicht vergessen, 26 ist er. Wir schauten die letzten Tage immer wieder drauf. Ab 25 gilt der Ausdruck extreme Angst. Also die Marktteilnehmer sind ängstlich. Die haben sozusagen Schiss, dass der Markt eben nach unten doch relativ schnell mal wegploppen kann. Sie können alle Schlagzeilen lesen, können alle eins und eins zusammenzählen. Wir sind sehr, sehr überhitzt gelaufen. Wir haben diesen Faktor der Saisonalität noch immer in den Knochen. Er startete ja jetzt gerade erst. Wir haben diese Variante oder diesen Gedanken auch dieser Lieferengpässe, somit dann eben das weitere Zurückbleiben der Wirtschaft. Wir hatten es heute Morgen im Live-Trading rumdiskutiert. Ich hatte gestern mit einem Freund, der ist Autoverkäufer, gesprochen. Der hat 50 Autos verkauft in den letzten zwei Monaten oder so. Und keines davon kann irgendwie ausgeliefert werden. Oder er hat eben 50 Autos dort in der Pipeline, die eigentlich fertig sind, die eigentlich ausgeliefert werden könnten. Nur, dass für das ein oder andere Bauteil immer irgendein Chip fehlt. So, und wenn es da eben so weitergeht, dann ist es eben denkbar, dass das Ganze sich eben noch ein Stück weit verschärft. Was nicht gerade gut ist, wenn zwar die Autos irgendwie verkauft sind, aber am Ende das Geld erst fließt, wenn sie dann ausgeliefert werden. Und somit kann es sein, dass wir dann doch das ein oder andere Quartal mal ein wenig schlechter bekommen als das Aktuelle. Von daher muss man da so ein bisschen aufpassen, dass da eben der Markt, aber das hatten wir die letzten Tage ja schon immer besprochen, nicht doch mal ein bisschen stärker zurückkommt. Volatilität kommt heute ein Stück zurück. Nicht extrem kommt sie aber. Und wenn wir vielleicht nochmal als eine Aktie, die Robinhood-Aktie nehmen, wem es da noch nicht so aufgefallen ist. Sie ist ja in der vergangenen Handelswoche gestartet. Das ist schon vergangene Handelswoche. Und ja, erst mal gleich der erste Handelstag ging es hier gen Süden, Richtung 35, bei 38 ging es ja los. Dann hatten wir auch so ein paar Tage dort unten rumdümpelnd. Aktuell stehen wir im Bereich 65, waren schon hier über der 70er-Marke drüber hinweg. Und das ist natürlich eine ordentliche Entwicklung und haben somit eine 100% Bewegung zurückgelegt. Und hier ist es eben auch die Reddit-Boards, die sich da so ein wenig darauf stürzen, die diese Aktien nun Richtung Norden prügeln. Gegebenenfalls der ein oder andere eben vielleicht auch schon darauf setzte, dass Robinhood als Broker vielleicht erst mal nicht so einen guten Start hinlegt und vielleicht auch die ein oder andere Short-Option aufbaute. Vielleicht auch der ein oder andere Hedgefonds. Und dann hatten wir das ja in den vergangenen Monaten mit der ein oder anderen Aktie, wo eben genau diese Konstellation dann dazu führte, dass dann eben der Preis nach oben getrieben wurde, dass dann eben gerade solche Hedgefonds, diejenigen, die da short sind, raus müssen und dann geht es dann nach oben. Jetzt ist es für uns halt interessant, in dieser Aktie, in dieser Robinhood-Aktie, dass die Volatilität da ist. Das ist das Interessante. Und da haben wir immer wieder ja Sahne-Stücke, die wir uns herauspicken, wo Volatilität da ist, die man da auch gerade im Trading dann wirklich relativ interessant handeln kann. Weil einfach auch die Liquidität da ist, also wirklich hohes Volumen da ist, plus Bewegung. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn man eben den Titel handeln möchte. Wenn keine Bewegung da ist, dann bringt einem das nichts. Aber wenn Volatilität da ist, sprich Bewegung, dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Also die Robinhood-Aktie steht da natürlich im Fokus. Ich möchte nochmal abschließend ganz kurz auf den heutigen Tag schauen. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Bank of England quasi heute mit der Zinsentscheidung ansteht und dass sich das britische Fund bewegen kann, beziehungsweise dass sich dann auch der Euro-US-Dollar grundsätzlich ein wenig bewegen kann. Und ich hatte heute Morgen, ihr seht es hier in der Beschreibung, so einen Bereich erläutert, warum ich den gerne als einen Widerstandsbereich sehen möchte. Ich hatte das dann eben auch noch ein bisschen detaillierter erläutert, habe das dann eingezeichnet und hatte dann gesagt, dass dieser Bereich zum einen für etwaige Longs interessant wäre, oder aber dann eben auch für Shorts in diesem Bereich, dass dieser Bereich als Widerstand fungiert. Wie gesagt, schaut euch gerne DAX Long und Short von heute Morgen an. Geht da in Richtung Minute 17 ein Stück weiter vorher, würde ich da denke ich mal anfangen mit der Euro-US-Dollar-Analyse. Geht da mal rein, schaut euch das nochmal an und jetzt schauen wir uns vielleicht als allererstes mal den Euro-US-Dollar an. Der ist wunderbar. Wir hatten dann das Fibonacci-Retracement auch noch reingezeichnet. Da hatte ich auch noch was zu erklärt, warum, weshalb, wieso. Erstmal einen schönen guten Nachmittag an dieser Stelle. Jetzt seht ihr mich wieder. Hatte das dann eingezeichnet und dann ist der Markt wunderbar. Ich muss zugeben, dass ich einen zweiten Versuch benötigte, um jetzt hier dann die Short-Seite einzugehen. Denn ich habe schon den ersten Schwung in Richtung dieser Area. Ihr seht das hier im, müssen wir mal gucken, 15-Minuten-Charter ist der Markt ja schon einmal nach oben gelaufen. Das war hier. Setzt hier schon einmal in Richtung Schwäche an und das habe ich dann eben auch schon mal gehandelt. Dann ging es nochmal nach oben richtig schön in den Bereich rein. Mir kam wieder ein Trigger mit sehr, sehr kleinem Risiko. Fünf Ticks konnte ich hier verwenden. Im Nachhinein hätte man noch viel kleiner reingehen können. Fünf Ticks. Und jetzt sind wir aus diesem Bereich schon wunderbar gen Süden gelaufen und man ist hier in etwa so aktuell 5R vorne. Müssen wir mal schauen. Jetzt sieht man, dass diese komplette Area aus der Nacht, denn da hatten wir ja gestern drüber gesprochen, dass diese Stärke, da waren wir ja hier oben im EURUS-Dollar, da waren wir ja auch relativ hoch im Goldpreis, dass das höchstwahrscheinlich nicht hält. Und dann kam gestern wieder der Zusammenbruch. Ich hatte als Zielbereich hier unten diesen Bereich um die Marke 1,1850 eben anvisiert. Wir sind sogar ein Stück weit tiefer gelaufen und danach hielten wir uns in diesem Bereich hier häufig auf. Und jetzt hängen wir wieder in dem Bereich drin. Mal gucken, ob der EURUS-Dollar das nach unten verlassen kann. Aber zumindest ist dieser Short-Trigger hier ja erstmal wirklich relativ gut gelaufen. Ich hätte jetzt aus aktueller Sicht noch nichts Nennenswertes. Man könnte nur sagen, dass vielleicht dann die Stärke der letzten Tage irgendwo vielleicht doch so ein bisschen zurückkommt, dass eben gerade das Bild, was ich in den letzten Tagen hier zeigte, wenn der Markt eben doch ein bisschen Schwäche gesehen hat, doch der schnell wieder zurückkam. Also das, was wir die letzten Tage eigentlich immer wieder machten. Also wir schauten, wo sind irgendwo Extrempunkte. Und der Markt in vielerlei Hinsicht, nicht nur zwingend der EURUS-Dollar, sondern eben auch der Goldpreis und eben auch die Indizes dann eben Extrempunkte nicht ausbauen konnten, sondern eher wieder zurückliefen. Somit wäre es hier schon noch gegebenenfalls ein Gedanke, der Markt kommt ja noch ein Stück weit nach unten. Und man findet vielleicht in diesem Bereich hier unten entsprechend dann Kaufkurse. Und könnte dann hier entsprechend, ja entsprechend logischerweise kaufen. Per Trigger würde ich jetzt machen. Nicht mit Limits, sondern eben per Trigger. Wenn wir eben nach unten durchfeuern und es hier wirklich keinerlei Anzeichen gibt, dass der Markt sich irgendwie abbremst und vielleicht steigen möchte, möchte ich da natürlich nicht ins fallende Messer greifen. Wir könnten da vielleicht auch noch mal ganz kurz einen Bereich heraussuchen und den mal einzeichnen. Da müsste ich noch mal ganz kurz auch hier in die Vergangenheit schauen und mal die Vergangenheit kurz mir ein wenig anschauen. Ja, da haben wir hier noch ein paar Hochpunkte. Das ist schon nicht uninteressant. Da hatten wir hier mal einen charttechnisch wichtigen Bereich. Also ich würde hier so mit dem Bereich vielleicht ab 25 bis so 22 so. Das wäre so eine Area, die da gegebenenfalls als eine Long Area für den heutigen Nachmittag noch mal dienlich sein könnte. Das ist dann hier so in etwa diese Zone. Also wir müssten jetzt noch mal ein Stück weit nach unten kommen. Bisschen groß gezeichnet, aber so in etwa dieser Bereich ein Stück weit nach unten kommen, um dann wieder in Richtung Norden zu laufen. Aber achtet da bitte drauf, das Problem, oder was heißt Problem? Der Punkt ist einfach der Bereich, wo wir aktuell hängen. Da hängen wir ja, weil wir hier schon mal gehangen haben. Jetzt hängen wir hier wieder. Und wenn wir jetzt nach unten laufen, dann ist es eben denkbar, dass natürlich dort eine Reaktion kommt in diesem Bereich, aber dass wir dann eben wieder hier hängen bleiben. Ja, und das wird das. Hier oben war das schon nicht ganz so weit von dort oben, aber von unten ist es noch ein Stück weniger. Ja, also da muss man eben wirklich schauen, dass man hier entsprechend wirklich die Stops klein wählt und gegebenenfalls mit einem kleinen CAV leben muss und es nicht zwingend hier nach oben wieder weitergehen muss. Das wäre jetzt so einer der Gedanken noch für einen Euro-US-Dollar. Vielleicht aktuell mal ganz kurz, der Blick aufs britische Fund. Wir hatten ja heute darüber philosophiert, was könnte denn hier passieren? Kommt da vielleicht ein Momentum? Kommt Bewegung? Kommt keine Bewegung? Es kam ein bisschen Bewegung wie im Euro-US-Dollar, aber ich bin davon ausgegangen, dass eben das britische Fund wenigstens, wenigstens, sich entsprechend hier an die letzten Hochs, mal wenn er sich jetzt, wie es ja erstmal passierte, nördlich bewegte, dass wir wenigstens hier oben an diese Hochs erstmal ranlaufen. Das passiert dann, naja gut, mit Abstand nicht. Also so viel fehlt jetzt auch wieder nicht, aber er lief nicht einmal da oben ran. Und von daher, das hier oben wäre schon interessant gewesen, dann eben mal zu shorten. Jetzt sind wir wieder in dieser türkisfarbenen Area hier drin. Absolut uninteressant erstmal. Da müssen wir jetzt wirklich heute warten, wo endet der Markt, wo steht der heutige Tagesschlusskurs mit der Zinsentscheidung und dann vielleicht morgen nochmal zu schauen, wo wir da eventuell aktiv werden können oder eben vielleicht auch nicht. Volatilität an sich ist ja eigentlich da im britischen Fund. Da müssen wir nur mal schauen, für was der sich am Ende entscheidet. So, jetzt gehen wir mal auf die Nasdaq als allererstes. Und wenn wir uns das Bild hier mal anschauen, ich nehme mal die vertikale Linie ein Stück weit nach drüben. Naja, es liegt auf der Hand, was man hier ablesen kann in dem Markt. Frage, Long oder Short? Ja, Long-Trend oder Short-Trend? Und ich denke, die Antwort ist erstmal einfach, dass wir hier eben ganz knallhart sagen müssen, wir sind in einem Long-Trend. Und wenn wir dort eben kurz vor den Allzeithochs sind, dann ist das ein klares Long-Zeichen. Das ist erstmal so, wenn man sich den S&P anschaut. Das merken wir uns, wenn man auf die Nasdaq schaut. Jetzt schauen wir auf den S&P. Wo steht der? Wo sind wir da? Auch wenn wir jetzt hier vielleicht den Vier-Stunden-Chart anschauen. Wir sind erstmal irgendwie Long-Trend. Hier ist es schon nicht mehr ganz so sauber, da wir diese Seitwärts-Range oben bauen und eben auch der letzte Hochpunkt im August noch nicht, also die Allzeithochsätze im August nicht ausgebaut worden sind, sondern noch Ende Juli. Das ist schon mittlerweile jetzt so ein paar Tage her. Wir hatten immer mal versucht, wieder den Angriff, aber er schafft es nicht mehr, der S&P. und ist somit zwar immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau, tendiert hier aber mehr oder weniger seitwärts. Und naja, hier muss man jetzt mal schauen. Aktuell würde ich es auch erstmal eher Long-Tendierend noch für mich sehen wollen, aber wir bekommen hier natürlich mehr und mehr, das können wir mittlerweile jetzt auch mal einzeichnen im S&P, diese Unterstützung hier unten. Das ist eine relativ große Unterstützung. Man müsste diesen ganzen Bereich hier als Unterstützung sehen. Der zeigt natürlich eine enorme Relevanz, weil er jetzt auch schon mehrfach in größeren Zeitebenen getestet wurde. Und hier würde ich natürlich sagen, alles oberhalb ist erstmal im Kern noch Long. Auch wenn wir jetzt hier nochmal so ein Stück wieder zurückkommen und den Bereich testen und hier irgendwie rumdümmelt, das ist alles noch grün und kann zumindest erstmal von der Richtung her als Long gewertet werden. Und so ist es auch schlussendlich. Allerdings, wer es jetzt wirklich im kleineren Bilde vielleicht mal wagen möchte, aber da können wir auch gleich eben natürlich auf den Dow Jones schauen. Wir haben hier so seit heute Morgen so eine kleine Mini-Range, die sich da ausbaut und es wäre denkbar mit der Annahme, dass natürlich der US-Start dann etwas volatiler stattfindet, dass man hier einen kleinen Breakout vielleicht handeln kann. Das ist nicht, also da muss man wirklich mal schauen, wie man das in ein vernünftiges CAV bekommt. Gerade auch mit der Annahme gen Norden, dass zwar die Allzeithochen nochmal ausgebaut werden können, ich hier aber nicht davon ausgehen würde, dass das extrem passiert. Also das war jetzt wirklich so ein Mega-Run nach oben bekommen. Das wage ich zu bezweifeln, somit sind die Ziele natürlich die Allzeithochen leicht drüber, ist allerdings dann jetzt nicht so weit. Da reden wir von 15, 16, 17 Punkten. Also man darf dann die Stops halt einfach nicht zu groß wählen. Also das jetzt dazu nochmal. Jetzt gehen wir zu unserem lieben Dow Jones und hier wird es eigentlich interessant, denn hier haben wir auch so eine Range, die sich quasi seit gestern, seit der Abwärtsbewegung ausbaute und im Gegensatz zu der Nasdaq und zum SMP rangieren wir hier in übergeordneten Sinne zwar auch in der Nähe der Allzeithochs, aber wir sind eben gestern zurückgekommen. Im Gegensatz zu SMP und Nasdaq, die zeigten nicht so eine Schwäche. Dow Jones kam hier zurück und ist seitdem eben auch nicht mehr erholend unterwegs, sondern pendelt hier unten in dieser Range und hier ist es jetzt denkbar und gerade wenn man jetzt quasi die Abwärtsseite so ein bisschen favorisieren möchte beziehungsweise vielleicht sich irgendwann sagt, naja, die Aufwärtsseite könnte ab gewissen Bereichen eben nicht mehr so interessant werden, dann ist es halt quasi klar, der Bereich hier drunter. Hier kann das schnell dann auch mal gen Süden gehen. Ja, gerade gestern haben wir es gesehen, das waren ja auch 300 Punkte. Wir sind aus dem gut 35.000er Bereich gestern mal kurz, also fast 35.100 in den 34.800er Bereich gerutscht. Das waren 300 Punkte. Gar nicht so wenig und somit kann es natürlich schnell passieren, dass wir auch am heutigen Tag mal schnell 300 Punkte nach unten laufen. 300 Punkte sind natürlich schöne Chancen, die sich hier bieten und da könnte man eben unterhalb hier dieser Schlusskurs Area 34.800 mal schauen, welche Short Trigger da gegebenenfalls zum Tragen kämen. So, geht man allerdings davon aus und das wäre dann vice versa die Long-Seite, dass dann eben der, ich hatte es ja eingangs gesagt, wenn S&P und Nasdaq noch relativ stark dastehen, dann ist es nicht selten so, dass entweder der Dow Jones sich der Stärke wieder anpasst oder eben Nasdaq und S&P sich der Schwäche anpassen. Beides ist möglich. Wenn dann das Szenario Dow Jones passt, sich der Stärke an eintritt, zumindest erstmal wieder in den Bereich von gestern zurück, dann wäre es oberhalb der hier Pi mal Daumen 34.875er Marke dann eben denkbar, sich mit der Nordseite zu beschäftigen. Wer es extrem mag, der kann das gerne, auch gleich keine Handelsempfehlung, da muss man ja immer wieder sagen an der Stelle, der könnte das auch per Breakout mal versuchen. Gerade mit der US-Markteröffnung, wenn da so ein bisschen wohler reinkommt, wäre das denkbar, das Ganze eben per Breakout zu handeln. Ihr kennt meine Herangehensweisen, ich warte dann ja eher immer ab, dass der Breakout kommt, dann vielleicht nochmal so ein Retest, um dann eben gen Norden zu handeln oder gleiches gilt ja hier für die Abwärtsseite. Also auch nochmal leichtes Ausbrechen erstmal, vielleicht auch unter die Tiefs hier von vorgestern Montag ist das, da nochmal vielleicht kurz drunter und dann eben entsprechend wieder ran an diese Range. Hier unten hätten wir sogar, das würde ich sogar noch so als solches betrachten, hier hätten wir noch einen kleinen Long-Trigger, wenn wir unter die Wochentiefs drunter gehen und der zieht sofort wieder an, wäre das sogar nochmal ein Long-Trigger, aber achtet bitte drauf, der Schlusskurs gestern, wir sind dann unterm gestrigen Schlusskurs, der kann wirklich dann massiv Widerstand darstellen beziehungsweise diese komplette Side-Twebs-Range seit gestern US-Nachmittag, die ist ebenfalls dann eben, ja das ist Widerstand und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nicht zu aggressiv versucht zu kaufen, ich meine hier sind immer noch so 80, 90 Punkte Chance, aber es kann eben sein, das war von da, das wäre ja so der Kerngedanke von da aus dann eben nach unten weggehen und somit ist das dann eben natürlich wenn wir da hinlaufen auch ein Short-Trigger, also diese Bereiche, diese Gedanken stehen jetzt erstmal für mich aktuell so im Raum, ja und wie gesagt, ich wäre hier nicht überrascht, wenn es dann doch noch ein bisschen weiter nach unten geht, auch für den Rest der US-Indizes und ja den Rest der Märkte haben wir ja auch besprochen, vielleicht nochmal abschließend der Blick auf den Goldpreis, wieder uninteressant, gestern hatten wir dann mal eine Idee des Shorts, das hatten wir ja besprochen, dass hier ein Short durchaus denkbar war, gestern hatten wir eben diese Stärke und schaut mal, diese Stärke ging eben ja auch in den vorher schon, am Wochenende haben wir den Bereich schon festgelegt, den haben wir also gestern war Mittwoch, wir haben am Sonntag den Bereich dort oben festgelegt, diesen grünen, den hatte ich angepasst aus der vergangenen Handelswoche nochmal ein Stück weit nach oben, dann lief der Markt im Prinzip dort rein und jetzt eben wieder in den Bereichen, deswegen hatte ich ja gestern gesagt, kaufen da oben, erstens nicht interessant, verkaufen interessant, weil einfach ich nicht daran glaubte, dass diese Stärke hier nach wirklich eine Relevanz hat und dann eben wieder zurück in diese Ausgangslage und das kam dann auch als solches und ja, mal schauen, was sich da heute ergibt, aktuell sind wir hier wieder in so einer Range-Phase, wieder auf diesem ehemaligen Unterstützungsniveau drauf, welches ja dann wiederum auch schon ein Long-Gedanke war, also wir hatten ja hier diese Unterstützung gesehen, da kam der Markt ja auch immer wieder drauf und hatten gesagt, da aus der Unterstützung kann es eben nach oben laufen und dann kam gestern der Schwung nach oben, dem glaubte man dann nicht, Schwung wieder nach unten wieder in den Bereich rein und ich würde jetzt mich hier zurückhalten zu sagen, wieder Long, zumindest für heute, da würde ich erstmal abwarten, kann passieren, wenn die US-Märkte nach unten weglaufen, also wenn dort richtungsentscheidende Bereiche nach unten durchstoßen werden und der Goldpreis bewegt sich vielleicht noch nicht, gestern war es ja mitunter so, dass der Dow Jones halt abgab, auch aufgrund der ein bisschen schlechteren Arbeitsmarktdaten, Stichwort Arbeitsmarktdaten, da müssen wir morgen wirklich mit drei Ausrufezeichen rangehen, da werden wir morgen nochmal ein paar Dinge zu sagen, was da wirklich wichtig ist für die Arbeitsmarktdaten, die morgen 14.30 herauskommen, durchaus denkbar, dass das eben sich bis morgen wartet, der Markt auch darauf wartet und vielleicht gar nicht so sonderlich viele Bewegungen heute kommt, aber gestern war es schlussendlich so, die ADPs, die gar nicht so wichtig sind, da reagiert es schon, Dow Jones und so ein bisschen schwächer und auf diese Schwäche ging der Goldpreis halt nach oben, aber ich hatte dann eben diese ADPs nochmal ausgewertet mit euch zusammen und sagte, ja naja, so eine richtige Schwäche ist das eigentlich nicht, sind zwar schwächer, aber naja, ob das dann eben so einen Bestand hat, naja und jetzt hängen wir wieder in dem Bereich, da habe ich jetzt keine nennenswerte Idee, wird erstmal abwarten, vielleicht dann eben auch bis morgen. Ich wünsche euch erstmal Good Trades und Mega Trading für den heutigen Nachmittag, wir hören uns gerne, ja morgen 8.50 Uhr, würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube wieder mit dabei seid und dann natürlich auch in dem Webinar, dem Live-Trading-Room und würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Video hier einen Daumen nach oben gebt, hier auf YouTube, also bis dahin euch nur das Beste und euer Markus Klebe, bye bye und ciao, Tschüss. JFT, just fair and direct.